jo ich habe jetzt was festgestellt wo sind die kirchen bevor wir dahin gehen muss ich noch eine kirche finden das sind alles ruinen aber ich brauche eine kirche ach stimmt das steht ja meistens an den genau gehen wir zum beispiel mal hier hin und hoffen dass ich das dort finde wonach ich suche da schauen wir mal ob das ob es hier eins gibt weil die verbesserung für die flaschen die gibt es meist an den kirchen an statuen nur muss jetzt so eine statue finden glaube ich dass es die hier nicht gibt die statu ich schaue trotzdem nach daher kamen wir ja die kirche hat anscheinend kein statt ich gucke noch mal hinter der kirche dann suchen wir mal die nächste kirche na ok ich brauche ich muss anscheinend an die kirchen finden wir wollten ja ich den süden gehen aber ich muss jetzt schauen eventuell gibt es hier ich könnte mal danach schauen ich gehe mal hierhin ja ich will eine ein upgrade zumindest jedenfalls wenden dann gehen wir mal hier lang diesen weg entlang lalalalalala hey freunde tschüss freunde wir gehen einfach durch hallo riesenritter deine augen haben komisch geleuchtet der hat wahrscheinlich einen drop für uns den das machen wir aber irgendwann ein anders mal ich kann ja die karte gerade nicht öffnen warte bevor wir da durchgehen ja wir sind im helfen ok der ist cool drauf aber ich habe angst dass ich den schaden zur füge deswegen ok Okay. Ähm. Ach, come on. Nice. Wir haben es geschafft. Ist er weg? Gut gespielt, Herr. Gut gespielt. Oh, das wunderschöne Wollop von dir hat fast das Ende von mir. Well, ich bin jetzt weg und das ist das, was funktioniert. Ich danke dir. Und als Token meiner Verwaltung würde ich es gerne haben. Oh. Besseres Fleisch. Oh, okay. Once again, pleasure is mine. I am the warrior jar known as Alexander. Iron Fist Alexander. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Kaelid wilds. And upon their southern edge is Redmayne Castle. In which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast a butter? Ha 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 ha. Nice. I'm heading eastward to Redmayne Castle. I've heard there is to be a festival. I'm heading to Redmayne Castle. I've heard there. Okay. Dann. Er geht nach Osten. Zack. Äh. Wir gehen erstmal hier hin. Was ist denn das hier? Hütte des Künstlers. Genau. Na. Naja. Wir gehen dann runter. Zack. Zack. Jit. Und hier ist's. Was? Und da ist auch jemand. Zack. Eingenommen. Haben wir's leider gemacht? Nein. So. Und da ist auch jemand. Wie viel brauche ich denn? Oder wie viel hab ich denn dabei? Nicht viel. Ist das ein Zwischenboss? Ich will eigentlich nur zur Hütte. Aber hey. Wir gucken mal was er uns zu bieten hat. Okay. Was ist mit ihm los? Ich will jetzt. Oh. Er hat. Der hat Glück gesoffen. Oh. Okay. Aber stark ist er nicht. Oder? Ja. Der war easy. Refugiums Stein. Okay. nichts besonderes weiter der hat ja entscheidend einige getötet so gib mir das mietstein ein jawohl zweimal sogar dann können wir unsere waffe verbessern limbgrave finden wir jetzt endlich eine kirche ja 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 nehmen wir mit alles gut spiel dein instrument weiter so dann gucken wir mal da müsste doch irgendwann eine kirche sein oder oh hallo zack zack ok die machen blutung schad ja was gejobb jawohl wo stimmt die heilen wir leben sich ja wieder habe ich vergessen da so bleib am boden das das war jetzt kaputt jawohl menschenknochen splitter ok so falls es gleich zum kampf wird skaliert da ist ein npc das 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 der das 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 ist So, ich guck nur kurz Gibt es denn echt keine Kirchen? Vielleicht Vielleicht hier Müsste ich mal gucken Ich weiß nicht, ob das Kirchen sind Oh, da ist Jemand Das sieht doch aus wie eine Kirche Totenwasserdorf Gibt es denn hier keine Statue? Da geht es zumindest rein Ist da keine Statue? Ich will einfach nur einen Upgrade haben Okay, hier geht es doch nicht rein Sah nur so aus Vielleicht ist hier hinter was? Ne Okay, das ist blöd Ich hätte jetzt gedacht, dass wir Eine Kirche mit einer Statue hätten Wo wir was kriegen könnten So Vielleicht dort Ich muss noch aufpassen, wo der ist Da ist der Okay Da sind ein paar Gegner Nein, der ist hier aufgestanden Nein, 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 nein Wir müssen schnell mit denen umgehen Menschenknochen, Schlitter und mehr und nicht Geht es hier runter? Ne, sah nur so aus Keine Statuen Alter, wo sind die Kirchen? Muss ich mal echt nachgucken Oh, der ist ziemlich nah Oder auch nicht Okay, der ist weg Anscheinend Oder auch nicht Ich hoffe, der verflucht uns nicht Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist Ist aber ein Gegner Äh, machen wir ja erstmal nicht Hat er uns entdeckt? Ne, die Musik hat sich auf einmal spontan geändert Da war ich jetzt mal beunruhigt Ich guck mal kurz Ob ich da was finde Hier, wie heißt das? Na, hier bin ich ungünstig Obwohl war ich nicht sogar hier Schauen wir mal Wir gehen einfach hier hoch Weil ich will einfach nur die Kirchen finden Ein Upgrade Wäre Alles, was ich brauchen würde Ich habe nur was gehört Hm, Riesen Wo läuft Was? Gewitter Gewitter Und da ist ein Typ, der mein Yo, yo, yo Was passiert hier? Alter, der Himmel sieht doch schwarz aus Okay Das waren die Dinger hier Komm ich hier hoch? Obwohl, ne, muss ich gar nicht mal Jet Hier sind die Riesen Sturmhügel Ah Daher der Name Ich vermute einfach, wir sind noch nicht da Egal Dann gehen wir Da gab es hier nicht mal sogar einen Gegner Ich weiß nur, dass es hier irgendwo in der Nähe einen Gegner gab Der war Der hatte genau das Mal wie das hier Aber Da Gehen wir mal da hin Gucken wir mal, ob wir den Boss schaffen So Dafür müssen wir aber hoch Dann teleportieren wir uns einfach hier hin Und dann Da lang sagt Das Naja, ich will ja Hier hin Warte, wohin? Genau In die Richtung Okay Nö Lass mich in Ruhe Bitte Lass mich in Ruhe So Da Immer da, wo diese komischen Onyxe sind Sind auch meistens Gegner Äh, Bosse meine ich Kein Teleportpunkt hier in der Nähe Ich hätte gerne einen Teleportpunkt Äh, okay Kein Teleportpunkt in der Nähe Schauen wir noch mal da hoch Hier zumindest auch noch nicht Gibt's denn kein Teleportpunkt hier? Schauen wir mal da Laufen wir erstmal alles ab Ich glaube nicht Ruin ein Fragment Oh, was ist das? War wir schon mal hier? Ich weiß es gerade nicht Ich glaube schon Ja Da sind die Fledermäuse Egal dann Gehen wir einfach in den Bosskampf ein Wo war der jetzt? Links von uns Okay Oh, warte Da ist was anderes aber Nämlich dieser Punkt Okay, ja Dann respawnen wir halt Zumindest hier Sehr schön Hier im Gefängnis des Sturmhückels Probieren wir's aus Ja So Was für ein Boss erwartet uns hier? Wie geil das aussieht Melzziegelritter Oh Der sieht nicht schwach aus Schaden macht er schon mal Ja Ja ordentlich Schaden Heilen Na komm Oh Ich mach ihm keinen Schaden Wie ich sie gerade sehe Kommt Ich will backstaben Ich will backstaben Falls es geht Oh Was für ne Combo Okay Ich glaube für den sind wir noch viel zu früh Aber wir können es ja mal probieren Wir können es ja probieren Weil wenn wir den schaffen, wäre es cool Aber das ist glaube ich zu hoch für uns Wo ist überhaupt mein Handy Ah Moment Ja Ich sehe schon meinen Teil Und wir probieren es nochmal Wenn nicht Verzichten wir darauf Und machen einfach mal weiter Mit der Erkundung So Einen Versuch wage ich noch Weil ich vermute echt Dass der vielleicht zu stark ist für uns Weil wir haben echt noch ne kack Waffe Ne Müssten wir bedenken Oh la Oh la Das war ein kack Angriff Oh la Junge warum greift der immer so perfekt an Okay Ne Ne Der zerfickt uns Schnell heilen Oh Tod La Okay Eu Aber wir machen jetzt schon Schaden Ah Egal Ne Machen wir erst wenn wir Ordentliche Waffe haben Und ordentliche Ausrüstung Weil dafür ist es noch viel zu früh Weil wir machen echt wenig Schaden So Dann Holen wir unsere Sache nochmal ab Und dann gehen wir einfach mal ins neue Gebiet Und zwar hier hin Hier müssen wir halt aber aufpassen Oh da oben ist ja auch ein Boss Habe ich gerade eben erst gesehen Können wir mal austesten Ob der nicht vielleicht einfacher wäre Warte machen wir hier voll Obwohl müssen wir gar nicht mal Hier in der Nähe war doch so ein Aufstieg Genau hinter mir Warte mal Warte mal Nochmal 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 Aber diesmal Zack Jawohl Riesenschildkrötenpanzer What the fuck Ist das ein Schild? Ja Mittlere Last Und ist etwas schwächer als meine Die ist aber cool Ist auch leichter Merke ich gerade Vielleicht kann man die sogar mal benutzen So schlecht ist die gar nicht Wärmender Stein Zweimal Okay Und sonst war es das Nehme ich an Da Jit Jit Was ist das hier? Ah das ist der Turm Das ist nicht ein Boss War ich nicht sogar hier? Wir schauen es noch kurz um Oh Was ist das hier? Oridis Turm Okay Da kann ich noch nicht rein Schade Aber gut Dass wir es schon mal haben Okay Wir probieren unser Glück Im Schloss Nehme ich auch hier So Und dann Müssen wir jetzt vorsichtig sein Denn wir werden beschossen So los geht's Oh 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 Alter Ich seh es schon Ist das ein Riese mit einem fetten Boh Oh 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 Hey Okay wir passen auf Da ist er Oh noo Schießt Schießt Sehr schön Los geht's Nein Der hat nur einen halben Nur einen halben Hä Boah Okay Das konnte ich nicht dort Schnell Schnell Jawohl Großpfeiler Yes Und das ist noch mal Diese Diese Schwerter Erinnert einen starken Berserk Die Belagerung von Schloss Morn Ein einsamer Held kämpft für die Rache Fürs Godry Ist sein Ist sein Verderben Okay So Ich hätte gern hier Ein Teleporter Um ehrlich zu sein Ich gehe mal kurz in den Swamp Geht auch What the fuck ist das Die kann man bekämpfen Okay Ist das Geister Ich hoffe Nicht dass sie mich töten Okay Okay Vorsichtig sein Die können Schießen Wusste ich doch So Die Oh leu Was ist das Gift Okay Okay Und hier Adam Blatt Okay Mehr gibt es hier nicht Wie es scheint Schauen wir jetzt ein bisschen Um Nachdem der Bogenschütze Gestorben ist Swamp Ich schwöre dir Der vergiftet uns Hundertprozentig Ich schau mal nach Ja 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 Fuck you bloody Ich hab noch keine Resistenz dagegen Und es sieht auch aus Als ob dir so ein Bossfight wäre Aber irgendwas muss auch hier sein Falls Falls es Äh Uns vergiftet Und uns fernhalten soll Ich will mein Pferd auch nicht riskieren Wird das Eigentlich vergiftet Ich weiß nicht Ich will es auch nicht riskieren Um ehrlich zu sein Schauen wir mal beim nächsten Mal Wir können jetzt mal auf die andere Seite Bevor wir ins Schloss gehen Oh da ist ein Baum Und da sind die Mauern I guess Waren wir nicht sogar hier Ich weiß es gerade nicht Muss ich mal nachgucken Aha Aha Das ignoriere ich mal Ich hab genug Ruinenfragmente Und ich weiß nicht mal Wofür wir die brauchen Okay Hier hoch kommen wir zumindest noch nicht So Waren wir hier Ich weiß es gerade echt nicht Das sieht auch aus wie eine Kirche Oh hier ist eine Hörer Oh nein Nein So Runenbogen Was ist denn Runenbogen? Da Ihr wärt bei Verwendung Den Segen Eines ausgerüsteten Großen 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 Rune Okay hier komme ich nicht durch Die Hütte ist wahrscheinlich gerade nur Deku Wie es scheint Ja Wir kommen hier nicht rein So Was ist denn hier oben? Außer diese scheiß Ratte Da Da ist da was Da ist eine Statue Gut dass wir hierher gekommen sind Glassflitter Und da ist ein Feuer Ist hier jemand? Leidendes Dorf Ich gehe da aber erst mal da rein Ich gehe da aber erstmal da rein Denn Da ist auch was Oh das sind einige Gegner Täuferkirche von Charlu Oder Charlu Die rasende Flamme Oh da ist was Oh da ist was Jawohl 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 haben dich Aufzustufen Ich gehe mal ins leidende Dorf Warum leiden die denn? Äh so Ich gehe mal ins leidende Dorf Ich gehe mal ins leidende Dorf Ich gehe mal ins leidende Dorf So Glassplitter I guess Und hier ist ein Item Holzschild mit Flammenwappen Okay Die hat noch so flammende Augen Wie ich gerade gesehen habe Aber glaub ich Ich weiß nicht ob das Oh hallo Ey hey hey So Sonst gibt es hier aber nichts Das ist ja ein sehr kleines Dorf Naja Dann können wir aber hier hin Und hoffentlich ist der Bogenschütze nicht mehr da Wenn ja Kake Dann sehr Kake Ne Wie scheint es der nicht mehr da Oder ich sehe ihn zumindest noch nicht Ne Der ist nicht da Wir waren ja auch am Strand Ja Auf zur Burg Wir schauen noch erstmal kurz um die Burg herum Weil dahinter geht es irgendwie auch weiter Wir schauen noch Gibt es denn hier was Hier gibt es einen minimalen Strand Aber der hat Nichts für uns im Parade Wie es scheint Außer diese dumme Hunde Goldene Rune Meins Tschüss Dich töten wir mal Nein Junge Ja Egal Fuck drauf Tschüss Haben wir die leider nicht gekriegt Aber was solls Wupp Da gucken wir noch auf die andere Seite Hier waren wir ja schon Aber Hier hinter waren wir noch nicht Glaube ich Ich bezweifle auch Dass es viel mehr geben wird Na gut Stück geht es hier noch weiter Vielleicht finden wir ja was Ne Dachte ich mir schon Hier ist Ne Sackgasse Aber du hast ne Qualle So Dann Oh was denn Ne das ist ein Busch Okay Dann hier rein Ist hier was Ne So Los geht's Oh was Hier Achso Hier ist was Interessantes Okay Zack Gnade berühren Verlorene Gnade entdeckt Dreck hier heransetzen Flaschen Verstärker Ja Sehr schön Plus eins Genau das wollte ich Die ganze Zeit Wir fangen mit links an Wie sie sehen Sehen sie nichts Hier ist nichts Ne Okay Ein Hebel Und ein Aufzug Okay Hier erwarten mich doch etwas Großes Oder Ich hab zu viel Platz hier Bossfight Schloss Morne Okay Ich muss vorsichtig sein Schnell töten Genau das sehen Nein So Schmiedstein 2 Ja So Was Ich höre da was Wo kommt das Was ist hier von unten Wo kommt das Von hier hinter Oder von da oben Kann auch sein So Halt die Goch Nein Nein So In der Mauer Selbst Okay Ich muss aufpassen Die könnten Ekelhaft werden Okay Abstand Ach ja Lassen die Wieso Nicht mit Wieso Mit dem Schild An Habe ich das Sehen was Falsch Zurück Ja Ich sterbe Glaube ich Schnell Heile Abstand Ja Ich habe die Ganze mit dem Schild Angegriffen Alter Da Fuck Nein Okay Okay Warte Wir schaffen das Wir schaffen das Nein So Tod Nein 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 Okay Lauf Nice Und stirb Bam Die Der Im Flug Gekriegt So Tja Was denn los All deiner Kollegen Sind tot Komm her Hast du Angst Ne Bam Jawoll Oh Hallo Junge Sei nicht so nervig Und stirb Einfach Stirb 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 Alter wie viele Leichnes hier sind So Oh da ist noch ein Gegner Feuer fällt Oh lol Dich habe ich gar nicht gesehen Nein Hallo Bam Nice So Okay Wir müssen vorsichtig sein Das scheint Ein starker Gegner zu sein So Musst du aufpassen Dass niemand kommt Hier Okay Ist tot Gut Sie ist zwar groß Aber ist harmlos So Schild immer oben halten Schmiedstein Nice Nimm ich Ah genau Dich such dich Ich wusste schon Dass du in der Nähe bist So Geht's hier tief rein Da geht's die Leiter Zumindest hoch Die sind glaube ich Entweder auf den Mauern Oder in den Mauern In so Zwischenräumen Ich kann das noch nicht Abschätzen Oh da ist noch ein Gegner Das ist ein Ritter Das ist einfach ein Ritter Hab ich gar nicht gesehen Töten wir auch mal Das ist wahrscheinlich Durchgeglitscht Ah die Ritter kämpfen Gerade Die Ritter kämpfen Gerade gegen die Komischen Viecher Nicht Affen Aber ja Die sind hinter der Mauer Okay Und auf der Mauer Ja Gut zu wissen Nice So Hier geht's rein Und da geht's auf die Mauer Wollen wir erstmal rein Oder auf die Mauer Das ist eine gute Frage Ne Oh Hier geht's Ziemlich tief rein Schnell rollen In die falsche Richtung Natürlich Claymore Uiuiui Hatten wir die nicht mal Claymore Die ist genauso schwer Wie das Bastardschwert Hat auch das gleich Ist genau wie das Bastardschwert Okay Ich glaube ich brauche Ein bisschen Ausdauer Weil wenn ich mehr Ausdauer Kann ich auch Dann größere Waffen tragen Die dann auch Schaden machen So wir gehen dann Als erstes auf die Mauer So Ja Okay Dann räumen wir erst mal Auf den Mauern Auf Hallo Hey Digger Was ist dein Problem Boot Wir räumen die Mauern Auf Ja Oh lol Da ist ein Fliegen Das Zwei fliegende Viecher Und ein Das wird Gefallen Lul Komm Damit er mich Nicht investiert Jawoll Ah Hat mich So getroffen Lul Kommst noch runter Lul What the fuck Heile schnell Oh nein Ist tot Jobt der was Ne Hat der andere Was gejobbt Auch nicht Nice Lul Geile KI Goldene Rune Limpfer Alter Die haben ja Echt ja alles Zerstört What the fuck Der What the fuck Bist du jetzt Zurückgelaufen Ja Oder Ich glaub schon Da geht's Nämlich weiter Okay Hier geht's Weiter Ich guck noch Ob es hier Weiter geht Oh Da ist Ein Blessing Da gehen wir Aber noch Nicht hin Also eine Gnade Weil ich finde Nicht dass Die Gegner Resetten Ich will Dass sie Erstmal Tot Bleiben So Dich Töten wir Haha Wusste ich's Doch Bro Chillt Deine Base Hat der auch Flüge Ich weiß Nicht Deswegen Schleiche Ich mich Ran Bam Schmiedstein Okay Dann hätten wir Das hier Geklärt Ich glaube Mehr gibt es Dann auch Nicht Ne Ich kann zwar Hier aufs Dach Aber was Bringt mir Das Nichts Oder Hier ist Nichts Worauf Ich Drauf Kann So Ich Könnte auch Hier Drauf Springen Aber wie Komme ich Dann Hierhin Erstmal bin ich Hier runter Zack Wann treffe ich mal den Vater Vater von der Frau Fast in den Tod Gesprungen Hier geht's Erlang Ich weiß Ob ich Sprung Darüber Schaffen Würde Jolo Jolo Ergesner Jawohl Das ist riskant Aber Jolo Oh Jolo Ich kann mich In der Nähe In Respawn Erstmal Den Der Ist Gefährlicher Junge Okay Okay So Ja Endlich Meine Güte Sind die nervig So Wer bist du Ja Bitte Hilf mir Ich bin Von Von Adliger Abstammung Wenn ich Mich Wenn mich Diese Scheußlichen Halbblut Fressen Bin ich Für Immer Gezeichnet Alles Nur Das Nicht Bitte Denkt Nur Was Für Eine Schande Das Wäre Ja Was So Ich Dann Tut Helfen Tue Ich Gerne Aber Ich Muss Auch Wissen Wie Die Kriegen Immer Ein Hit Rein Bevor Ich Da Lange Hinter Mir Check Können Sind Ihr Gegner Kann Ich Beide Treffen Oh Leute Habe Ich Gerade Aus Versehen Selbst Getötet Kostet Das Kostet Das HP Der Blutige Schnitt Habe Ich Gerade Ernst Selbst Getötet Ich Habe Gar Nicht Auf Geachtet Warte Ich Teste Ich Mal Oh Das Kostet HP Okay Ups Lalalala Kriegs Asche Ja 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 Okay Ich Idiot Ich wusste Das Gar Nicht So Okay Dann holen wir Unsere Sachen Wieder Yes Jawoll Auf den können wir verzichten erstmal Ich will meine Sachen wieder haben So Oder Nochmal eben Ah Jawoll Damit es schneller geht So Endlich Hat sich das gelohnt Ich glaube nicht Was ist denn hier Eine unsichtbare Wand Ne Nichts Hat sich überhaupt nicht gelohnt Okay Schild hoch Hier ist nichts Okay Hei 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 So Okay Hier ist auch nichts Jawoll Jawoll Dich will ich eigentlich umgehen Aber Ach komm Du kostest Zeit Du kostest einfach nur Zeit Okay Hier jemand kommt von der Seite Und greift mich an Oder Oh Der ist Der oder die ist riesig Bam Oh oh Nein 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 Don't die Bam Bam Jawoll Abhist du dich mal Alter Auf dich habe ich null Bock Ich brauche viel zu lange für dich Naja Los geht's Wir sind fast hier oben Ist der Finger eben Während man nicht leere bin Ist hier jemand Bitte transportiere mich nicht irgendwo hin Okay Doppelklingenthalisman Stimmt Die Doppelklinge will ich auch können Was brauche ich denn nochmal dafür Die ist halt ziemlich schwer Glaube ich Äh Ich mach beim nächsten Mal einfach Aus Äh Ne Ausdauers Glaube ich Geht's hier weiter hoch Ne Das war's Es gab nur Das hier Kann ich hier durch Mal testen Ob es hier eine unsichtbare Wand gibt Ne Aber sieht auch nicht so aus Ob da was drin wäre Nicht wahr Ne Dann gehen wir wieder runter Hier gab es einfach nur ein Talisman So und runter Jetzt stellt sich mir aber die Frage Wo geht's weiter Ach weißt du was Wir gehst mir auf den Sack Na Fuck Zu langsam Schon wieder zu langsam Fuck it Nein Ich dachte Der hat schon So Dreimal nur Okay Nein Ich hab wieder Input Waffe gehabt Ja Danke man So Kann ich hier auch Aufs Dach springen Will ich das überhaupt Als ob es hier nicht mehr weiter geht Ich bin jetzt hier lang gelaufen Weil ich muss irgendwo lang Ne Meinen die Ich muss hier runter springen Wäre natürlich dämlich Ich kam ja runter gesprungen So Kann ich jetzt mit ihm Widersprechen Okay Ich hatte Angst Dass ich ihn töte Aber Ne Da ist der Wollte schon sagen Wo ist der Komisch Ich guck mal Ob ich hier runter springen kann Auch wenn ich es überhaupt Nicht tun will Ist schon verdammt tief Alter Okay Und jetzt Muss ich irgendwie noch mal Weiter runter finden Oder bin ich jetzt stuck Ne Ich kann Ich kann da Runterspringen Nice Perfekt der goldene Sonnenblume Okay So Nice Drücken wir nochmal voll Und dann geht es hier lang Das ist ein Bossareal 100% Ja sieht man sogar Okay Sehe ich schon Ich muss auch ins Schloss Ich will Ich Bevor ich den Bosskampf mache Will ich dann Rein Ins Schloss Da sind diese Quallen So Kann da runter Ich muss da sogar runter Oh Junge 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 Die Kamera kann ich nicht weiter Oh Fucking hell Oh Unschön Ich hasse das Aber YOLO Da ist auch ein Gegner Da sind einige Gegner Schmiedstein plus 2 Bro Alter Jetzt muss ich mich noch Perfekt positionieren Oh Junge Ja Na Jawohl Das sind Nicht wenige Gegner Das sind echt Nicht wenige Gegner Ich muss direkt Position finden Los geht's Und raus Ah Hä Wo bin ich denn gelandet Bam Oh Diese Waffe Sieht cool aus Hätte ich gerne So Wo bin ich denn jetzt hier An der Burg Oh Oh Hallo Na Oh 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 Nein So Okay Dann schauen wir mal hier rein Fuck you bloody Peitsche Kann ich die benutzen Oder brauche ich Irgendein besonderes Skill dafür Boah ich hätte gerne Die Waffen auch Aber die brauchen Geschicklichkeit Peitsche Äh Gar nicht mal so schlecht Ne Die ist trotzdem ordentlich Kann man sich sehen lassen Okay Okay Hier geht's aber nicht weiter Äh Oh Nice Aktivieren wir das Machen die Gnade Bevor ich da reingehe Schau ich mich noch um Gehe über die Brücke Und kann dann hier gleich runter Leider Oh Hallo Oh Okay Unschuld Unschuld Der hab ich sofort bemerkt Und das sind die fliegenden Viecher Okay Nein Bitte fall runter Der Der Fliege Das Fliegevieh Bitte fall runter Oh Gott Bamm Wir haben dich schonmal gleich So Und dann nehmen wir noch dich Oh du Wichser Äh Nein 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 Schnell heilen Wow Der schießt Nein Falsche Tasse Schnell Oh lol Der Alter Der ist scheiße Der ist scheiße Steh auf Steh auf Steh auf Meine Güte Komm her Komm her Komm her Komm näher Junge Aha Er Ja Fisch Diese Viecher Oh lord Nevermind sich selbst in den Tod gerettet. Ah, kann mir recht sein. Ich gucke jetzt, was oben da war. Deswegen wollte ich eigentlich hoch, ob ich was übersehen habe oder nicht. Ja. Wurfdolche, okay. Dann machen wir mal die Quallen fertig. Ich will auch gerne die Sammels haben. Okay. Zack. Die Qual ist schon mal tot. Okay. Nice. Okay, hier ist es ungünstig. Nice. Vier Angriffe. Ich muss aufpassen. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. So. Hey, Battalilie. Okay. Jawohl. Jetzt schauen wir jetzt hier weiter um. Ich habe Angst, nur ins Wasser zu fallen. Genau deswegen. Jawohl. War es das hier? Wenn ja, gehe ich nochmal schnell ins Dorf zurück, weil der Pfarrer. Ich suche ja noch den Pfarrer. Ach, ins Dorf, in die Burg oder Schloss, was auch immer. Gaben-Time. Oh, hallo. Oh, hat sie übertroffen. Heilen, sofort. Okay. Okay. Jawohl. Komm. Ah, ja. Okay. Oh, es tut mir leid. Tod. So, ist hier was? Ja. Hier geht es ein bisschen rein. Okay. Und was ist hier? Brandpfeiler. Okay. Okay. I get it. So, wie geht es aber? Hier hin. Mach mal ein bisschen jetzt auch sauer hoch. Damit ich mehr tragen kann. Stufenaufstieg. Perfekt. Kondition war das, ne? Dann könnte ich auch mehr tragen. Genau. Zack. Dann schaue ich mal, ob das schon reicht, weil ich will es gerne mit einem Schild tragen. Naja, steht nicht, was mir genau fehlt. Aber wahrscheinlich irgendeine Art Glocke oder so. So. Große Last noch. Ist aber nicht so wild. ... ... ... ... So. Einen Moment. zack ok sprinte ich einfach durch ich glaube schon machen wir mal sprinte jetzt einfach durch so das war der gegner aber den ignoriere ich gekonnt ich will einfach ins schloss rein hallo ich kann ich aber nicht ignorieren sische man hier rein und er war gar nicht hier oder doch das war hier los geht's müsste doch hier oben angewesen sein na warte schauen wir uns an so fuck you war das hier oder wo war es eigentlich ich dachte es wäre noch unten gewesen ja da noch mal zurück lol 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 na tschuldigung dort ich habe keinen bock auf dich Ah, ich muss hier hoch. Okay, einen Moment. Na. Okay. So. Lässt ihr mich in Ruhe? Ich glaube schon. Ja, nice. Die lassen mich in Ruhe. Da kann ich hier direkt rein. Sehr gut. Wo ist der Vater? Ist der Vater? Der müsste auch irgendwo im Schloss sein. Okay. So. Nein. Die. Hier geht's hoch. Und das war's. Hier könnte man nur in den Tod stürzen, okay? Okay, let's go. Oh, jetzt komm ich hier auf die Mauern, okay. Und die campen hier noch. Ja. Okay, die kämpfen auch gegen mich. Keiner von denen ist gerade der Vater. So, dich nehmen wir mal auseinander. Na. Nein. Jawohl. So, wo ist der Vater? Hoffentlich nicht tot. Weil dann werde ich mich schon kageln. Komm, Fingermedizin. Okay, okay. Helikopter, Helikopter. Jawohl. Der reagiert noch nicht jetzt, aber. Zack, 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 zack. Na. Oh, leu. Hat mich was gekriegt, leu. Not bad. Und ist hier was? Stahl-Draht-Fackel, okay. So, wo ist jetzt der Vater? Was ist das? Ich glaube noch nicht. Dann hier hoch. Hups, ja. Hier hoch. Da waren wir schon mal. So. Hä, wieso kann man jetzt hier lang? Nur um entweder runter zu springen? Aber da waren wir doch schon mal. Ja. Ne, das ist... Hä? Wieso können wir denn hier hoch? Können wir irgendwo runter oder so? Außer links? Ah. Ich gucke mal. Hm. Oder war der Adlige der Vater? Musste ich ein Item auf dem Boden legen oder so? Kann ja auch sein. Ich weiß jetzt nicht. War mal gerade kurz ein Moment. Der müsste ja irgendwo sein. Ein Moment, hä, der muss ja irgendwo sein. Ja. Und. Ja. Der müsste aber hier sein. Das ist komisch. Ich schaue nochmal, ob ich ihn übersehen habe vielleicht. Oder ob ich ihn vielleicht sogar aus Versehen getötet habe. Ich schaue mir das jetzt an, weil ich will das jetzt schaffen. Der müsste doch hier eigentlich irgendwo sein. Vielleicht dort an der Mauer? Weil da kennen wir ja auch gerade welche. Und da hängt etwas. Aber da waren wir ja schon. Das ist komisch. Wir gehen mal suchen. Ich habe echt keine Ahnung, weil hier waren wir ja schon mal. Nein, bevor der zweite auch noch kommt. Genau der. Leute. Ja, come on. Bam. So. Komm her. Junge, kommst du mal runter? So kommt er also runter. Ich verstehe. Nein. Schnell heilen. Wo ist der Pfarrer? Weiter runter. So. Nein. Nicht schon wieder das. So. Jedenfalls kriege ich dich jetzt. Fuck you, Alter. So. Wo ging es lang? Hier. War ich überhaupt hier? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, aber... Naja, vielleicht finden wir hier den Vater. Hier waren wir nicht. Null. Okay. Hinter mir. Nein. Nein. Okay. Scheiße. Hat verfehlt, natürlich. Nice. Nein. Nein, 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 nein. Läuft. Komm schon. Okay. Oh, lol. Ich kann hier runterklässeln. Habe ich gar nicht... Gar nicht... Ne, ich war doch schon hier. Oder? Ne, ich war auf der anderen Seite. Auf dem Dach. Naja, ist jetzt auch wurscht. Jetzt bin ich hier. Vielleicht finde ich nicht hier den Vater. Obwohl, hier war ich noch nicht. Ne, ne, ne. Okay. Das sieht jetzt neu aus. So. Bitte, bitte, bitte. Sag mir, dass du hier bist. Ja. Nice. Ich bin hier. Aber was du hierher kommst, habe ich Angst, dass das Kastel Morn nicht länger dauert. Geh das, wegen der Entschuldigung. Gibt es mir? Kannst du es auch an mir geben, Bro? Okay. Okay, warte mal kurz. Ja, ein Moment. Moment, ja. Moment, Moment. Ich muss kurz was checken. Okay, ich weiß schon. Okay, sehr schön. Dann. Ja. Gehen wir jetzt hier hin. Und versuchen uns am Boss. So. Ich muss noch kurz gucken, wie viel... Ups, ne ich das halt. Wie viel ich von den Teilen habe. Ich würde gerne Level Up machen. Ah, ne. Wir probieren es so. Wo geht es runter? Wir rushen da jetzt einfach runter. Da. Wip. Sehr schön. Wir probieren unser Glück beim Boss. Gucken, ob wir nirgendwo runterfallen. Und schauen. Ob was uns jetzt hier erwartet. Löwenartiger Scheusal. Okay. Okay. Leute, sieht cool aus. Oder? Ui, 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 okay. Ui, 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 okay. Nein, chill deine Base. Okay. Okay. Schwach ist er zumindest nicht. Oh. Und er ist schnell. Nice. Nein. Alter, okay. What the fuck. Nein. Alter. Okay, dieser Delay wieder. Oh, la. Ei. Nein. Hab falsch das gedacht. Ah. So. Nice. Oh. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Das war sehr greed von mir. Oh, okay. Okay. Aber der sollte machbar sein, glaube ich. Nur sind seine Movement-Sets ein bisschen komisch, weil ich die nicht wirklich kommen sehe. Der dreht sich und danach wartet der mit dem Schwung, wartet, wartet, wartet und dann jieht. Der ist ja unorthodox. Okay. Okay, einen Moment. Ich will jetzt was trinken. Ich will jetzt was trinken. So. Neuer Versuch. So, so, so. Komm her. Wo hab ich's gejobbt? Da. Hab's gekriegt. Sehr schön. Nice. 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 Jawohl. Oh nein, das hat getroffen. Was? Schnell trinken. Nice. Nice. Nicht nice. Nein. 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 Wie hat... Wie hat er mich getroffen? Ich war doch in meiner Rolle. Das war doch so ein guter Bossfight. Okay, der ist nicht schwer. Der ist ziemlich machbar. Aber diese Rolle hat mich jetzt echt getriggert. Ich dachte, ich wäre da so easy gedodged. Aha. Na ja, nochmal eben. Zum Glück ist das nicht so weit weg. Nur wieder hinzukommen ist bisschen doof, jetzt die ganze Zeit runterzuspringen. Zack. So, nochmal. Jetzt rechts direkt hier hin. So. Okay. No. Schnell heil. Oh nein. Nein. Schnell heil. Heiler. Alter, ist ja nervig. Ja, nee, das schaff ich nicht. Ich bin zu sehr mit Heilen beschäftigt gerade. So. Ah. Nein. Alter, der dreht auch so langsam, ne? So, keine Heilung mehr. Oh, nice. Zu früh gerollt. Ah, tot. Ah, ich will die 1700 nicht aufgeben. Ja, ja, komm. Steht mal schneller. Ich muss sie bekommen und dann noch den besiegen. Äh, 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 äh. How's the smile? So. Woo. Proud flip. Bye-bye. Alter, wie weit weg das ist. Das war doch gerade eben nicht da. Schnell sprinten, sprinten, sprinten. Komm schon. Nein. So. Trink ich was dann? Ja, komm, trinken wir mal. Dann wäre es ja gehen können. Ey, Junge. Nein. Zu greedy. Ullau. Schnell, trinken. Jawohl. Ah, nein. Nein, das war scheiße. Okay, konnte ich noch dodgen. Oh, Junge. Wie weit schweckst du? Na, komm schon. Ich hasse diesen Jump. Das ist so ein Aim-Bot-Skill. Mann. Ich fahre jetzt ganz, ganz weit rechts. Ich glaube, ich sollte echt drauf scheißen. Auf die 1700. Damit ich auch mal vernünftig in den Kampf komme. Weil ich sterbe jetzt die ganze Zeit, weil ich mich darauf fokussieren will, die zurückzubekommen. Und danach. Ja, äh, verliere ich meinen Rhythmus. Nochmal. Der Kampf ist eigentlich nicht mal so schwer. Nur ich will halt die ganze Zeit die scheiß Seelen zurückhaben. So, komm her. Nein. Ah, fuck you, Alter. Junge, bist du nervig. So, hab die. Jawohl. Vielleicht kann ich mich jetzt fokussieren. Nein. Ja, komm schon. So. Ah, lol. Schnell heilen. So. Na, dieser Delay. Und tot. Noch nicht. Nein. Oh, Lord. Ah. Nein. Oh, wo bin ich? Ungünstig. Ich gehe jetzt mal sicher an. Leute, der macht die Dinger kaputt. So. Okay, da konnte ich schlecht angreifen gerade. Nein. Nein. Alter, Junge. Meine ganze Verteidigung. Ah, schon wieder dieser Delay, ne? Ja. Dieser verfickte Delay, ne? Ah. Dabei hatte ich ihn fast im Griff gerade, weil ich die ganze Zeit nur einen Hit machen wollte, um ihn zu besiegen. Äh, jetzt muss ich wieder die Scheiße zurückholen. Fuck. Hm. Ich bin froh, wenn ich mal eine bessere Waffe habe, oder generell eine bessere Ausrüstung. Ich bin immer mit so Starter-Sachen drin. Ah. Zack. Den Boss will ich heute noch machen. Weil dann kann ich mehr auf Ausdauer gehen und dann hoffentlich bald neue Waffen benutzen. Das Einzige, was ich habe, sind neue Schilde. So, okay. Hab das bekommen. Sehr schön. Ach, komm, Alter. Ah. Und der übelste Delay. Ah, ich hasse diesen Angriff. So. Nein. Zack. Jawohl. Oh, keine Ausdauer mehr. Aufladen, aufladen, aufladen. Nein. Aha. So. Nein. Hat mich da treffen lassen, leider. Zurück. Zurück. Nicht den Sprungangriff machen. Nein. Ich will nicht sterben. Mann. Dieser Sprungangriff ist so scheiße. Ich will einfach mich nur heilen, er. Fuck. Das lief doch so gut. Aber irgendwann komme ich nicht mehr rein. Mann. Das ist echt nicht schwer. Aber ich stelle mich auch nur so doof an. Wie immer. Tief einatmen und los geht's. Das ist mit Limpf auch. So. Okay. Los geht's. Nein. Nicht sprinten. Oh Gott. Oh Lord. Ja. Okay. Hat mich direkt treffen lassen, weil das sind die da in Gefahr. So. Ja. Danke. Der sieht eigentlich aus, als ob man jetzt der Gang könnte. Ja. Ja. Ich bin stark. Ja. Okay. Okay. Nein. Nein. Ach. Come the fuck on. Ich brauche mein Schild unbedingt. Oder soll ich das ohne Schild mal probieren? Der ist echt nicht schwer. Aber der spammt. Schlimmer als Margit. Ich probiere das mal mit der anderen Waffe. Upsa. Äh. Jetzt kann ich zwar weniger dodgen. Aber. Die machen mehr Schaden, merke ich gerade. So. Okay. Wir probieren es mal mit der Claymore erstmal. Die blockt jetzt nicht so gut wahrscheinlich. Ah. Oh, das ist dort. Danke der A4. Oh, das ist hier. Man kann jetzt der Garten. Okay. Heilen, direkt. No. Der ist ja gar nicht dann so schwer. Lul. Nein. Oh nein. Ich kann nicht mehr dodgen. Nein. Nein. Das war zu greedy. Leute. Leute. Ich konnte nicht reposten. Okay. Nein. 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 Oh, lol Nicht greedy werden Heilen Jawohl, ich bin greedy beim Heilen Jawohl Okay, der war viel zu simpel mit der Waffe Lol Großschwert der Verpflanzung Jawohl Okay, der war ziemlich einfach What the fuck Ich brauche einfach nur die richtige Waffe Und Stärke 40 Und große Last Oh mein Gott Eine gute Waffe habe ich schon mal Mir fehlen nur die Stats dafür Okay Aber hey, wir haben es geschafft Einfacher als erwartet Wir ziehen uns jetzt mal hier Stufenaufstieg Äh, Inventar Zack Dann nochmal auf Ausdauer Punition Da haben wir schon gerastet Wir gucken mal, ob wir noch was hier finden Und ich gucke Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Waffe zurückbringen soll Weil er hat Ich habe ja das Schwert Was er Nicht in die falschen Hände geraten lassen wollte Okay So Dann Sonst gibt es hier nichts Ne Dann haben wir diesen Dungeon hier schon mal geschafft Und Wir müssen jetzt wieder Ja Wir müssen jetzt wieder Zum Pfarrer Ich glaube diesmal sollte es nicht so schwer sein Ich habe jetzt auch eine vernünftige Waffe Die ich jetzt auch leveln kann Kommt die mal Da Ich sprint da einfach durch So Let's go Schloss Mord Einmal durch Einmal durch Einmal durch So Los Ihr seid nervig Wisst ihr das Bam Na Nice Und dann hier Und dann schnell zum Pfarrer Und dann haben wir auch die Mission geschafft Genau Hier durch Oh hallo Warte mal kurz Kann ich das eigentlich mit einem Schild jetzt schon tragen? Ich glaube noch nicht Ne Passt Passt Nicht mehr lange Nicht mehr lange Dann können wir es So So ihr kleinen Pisser Kommt her Kommt her Er wollte Wollte nicht Lol Er wollte Lol Okay er ist schon mal da Komm her Und tschüss Jawohl Die sind so nervig Ne Dann hier runter Oder lass ich die erstmal kämpfen Ich sollte mal mich heilen Aber man weiß ja nicht ob die eine One Combo So Tod ist ja Ey Was hab ich dir angetan? Na komm her Ich Bam Blame all Beste Und bam Sehr schön Haben wir euch auch mal Und dann gehen wir zum Vater Und dann gehen wir dann zur Tochter Und dann haben wir die Quest geschafft So Ja 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 Ja, ihr geht's bestimmt gut. Jetzt gehen wir auch zu ihr. Und dann gucken wir mal, ob es Funks genuckelt hat. Ne, das war hier der Händler, oder? Ja, das war hier der Händler. Wo war sie denn nochmal? Sie war nicht weit weg. Sie war, glaube ich, am Anfang noch. Sie war, glaube ich, hier. Hoffentlich ist hier nichts passiert. Wo ist sie? Sie war auch hier. Nein, sie wurde getötet. Fuck my life. Die arme Irina. Nein, nicht die Irina, Alter. Die war doch so lieb. Vor allem von so einer Waffe, ey. Von diesen scheiß komischen Viechern. Fuck my life. Wärst du doch nicht so stur gewesen, Junge. Oh, wir sind jetzt einfach direkt hierhin. Sollte ja nicht lange dauern. Ein paar Sekunden hoffentlich. Dann setzen wir uns hierhin und ich würde dann sagen, dass es beim nächsten Mal wieder weitergeht. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vor allem. Tschüss.